Ja, lasst euch spritzen, lasst euch impfen, ja. Und Freunde, bleibt zu Hause und haltet die Fresse. Tragt die FFB2-Maske vierfach, einen Darmsturm drüber und macht einfach mit. Macht mit, Freunde. Macht mit. Macht mit. Extra 3. Extra 3. Insekten sind gesund. Ja, das ist super. Insekten sind gesund. Krieg beenden, Panzer senden und holt euch das Spritz-Abo. Einfach mitmachen. Schön. Und wenn ihr bei Ford rausgeflogen seid, Ford hat gerade 3000 Leute entlassen. Alhamdulillah. Egal. Wir brauchen Ford als Kapazität, um Waffen zu produzieren. Und dafür brauchen wir nicht so viele Mitarbeiter. Und die Mitarbeiter, Alhamdulillah, die kriegen jetzt Bürgergeld, Freunde. Macht doch einfach alle mit. Macht doch mit. Und liebe Mainstream-Medien, ihr seid super. Ja, propagiert die Insekten. Propagiert sie. Und propagiert den Krieg. Ja, natürlich. Wir brauchen den Krieg. Wir brauchen den Krieg gegen Putin. Wladimir Putin. Wlad, der Fehler. Und endlich liefern wir Panzer. Endlich können wir Panzer liefern. Dann macht doch alle mit. Und ansonsten, liebe Freunde, bleibt ihr artig zu Hause bei ARD und ZDF. Und macht mit.